Das ist richtig schwer. Es geht zu schnell, Leute. Okay, du fällst ab, mein Freund. Da kommt der Nächste. Okay. Okay. Genauso weitermachen. Du bist ein Wichser, ganz ehrlich. Du kleines Pfannkuchen-Face-Typ. Du bist echt ein Arsch. Wieso? Wir haben das doch voll gut gemacht. Aber wir müssen echt die Augen offen halten, wenn die von überall kommen. Die kommen manchmal von den Seiten und von vorne. Scheiße. Alter. Ich sag euch, was das für Dinger sind. Das sind Eiranges. Nur halt noch mit Eierschale. Okay. Okay. Okay, wir warten. Ach, da oben sind auch welche. Okay. Dein Gehirn und Dein Gehirn und Dein Gehirn haben sie zu entfernen. Du willst sie nicht zu entfernen. Verpasst mir. Okay. Zack, 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 zack. Ja, das ist so schwer, ne? So viele Punkte auf einmal. Das ist so krass, ne? Okay, da kommt er schon wieder angekrochen. Ja, verzieh dich. Fällt es erstmal runter, mein Freund. Aber wir müssen halt auch gleichzeitig die Augen offen halten, ne? Weg da. Bloß weg da. So, wenn du jetzt da unten kommst, ne, dann rass dich aus. Hau ab! Hau ab! Geh weg! Geh weg! Wie? Ich versteh's nicht. Was machen wir denn falsch? Ja, ich weiß, dass ich die Dinger abschütteln kann, aber, aber, aber wie? Ich hab ja grad geschaut. Schüttelt. Das kann doch nicht sein. Ja, das hab ich jetzt schon zum tausendmal gehört. Vertraue mir. So, zack. Ich versuch's jetzt so oben zu halten, einfach. Ah, okay. Das braucht eins. Okay, wenn die blinken, ich muss die gar nicht ganz hoch ballern. Okay, einfach im Auge behalten. Einfach im Auge behalten. Einfach im Auge behalten. Einfach im Auge behalten. Hau bloß ab. Nein, verzieh' dich, verzieh' dich! Da geh' ich weg! Ich glaub' ich bin einfach zu dumm. Wie krass! Das ist voll schwer! Das ist richtig abhartig sogar! Die unten rein krabbeln sind unwichtig. Sicher? Du musst diese Dinger immer so in der oben halten, die dürfen nicht unten sein, dann schnell abschütteln und weiterdrehen. Okay. Okay, okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, komm, mach, 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 mach. Ich will, ich will jetzt. Komm! Boah, das ist so krass, ne? So, da weggeschüttelt. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Ich mein', wir können doch nicht so doof sein, dass wir diese Dinger, dass wir das nicht hinkriegen. Okay, die unten sind anscheinend unwichtig, hat jemand gesagt. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wo die gerade hinkrabbeln, ich will's auch gar nicht wissen. Wie viele sind das? Wollt ihr mich verarschen? Weg da mit dir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 shit, shit, shit. Oh, 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 oh ja ich kann sie nur nach oben wenn ich die anklicken ich kann die nur nach oben klicken ich kann die echt nur nach oben klicken also ich kann die nur andrücken dann gehen die halt nach oben alter schwede ja toll aber das weiß ich schwer es ist das ist so krass man das ist viel zu viel ich bin ein bisschen überfordert freunde dass also damit habe ich ja nicht gerechnet als ich diesen arbeitsvertrag unterschrieben habe so die dinge gehen jetzt wieder zurück zack 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 so die müssen wir auch den können wir eben krabbeln lassen machen wir die mal eben zurück also die an den seiten können wir ruhig eben krabbeln lassen das ist ja nicht so schlimm die brauchen ja sowieso immer ein bisschen die kleinen pfandkuchen fotzen was habe ich nicht gesagt sorry es ist spät da darf man das sagen so der krabbelt ja eh noch ok zack ok 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 Okay, jetzt wird es ein bisschen heavy. Okay, da kommt der Nächste. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh, da, 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 da. Das ist zu krass, Mann. Das gibt es nicht, ey, das ist zu krass. Das ist echt zu krass. Wie soll man die denn alle oben halten? Das ist viel zu heftig. Aber ich glaube, ich muss halt noch länger warten. Aber das ist... Du musst halt überall die Augen halten. Dreh die Sänger mal weiter nach links, wenn du die dann abschüttelst. Warte mal, was? Hier, sehe ich sie. Ah, okay, okay. Okay, es krabbelt immer zuerst rechts einer hoch und der krabbelt dann weiter hoch. Aber währenddessen krabbelt schon einer links hoch. Also gut, hast du recht. Können wir beide abschütteln. Gute Idee. Kommt schon, Mann, das kann doch nicht sein, ey. Von diesem kleinen Mini-Eirang ist hier verarscht zu werden. Dann lasse ich nicht zu. So, jetzt kommt aber links zuerst einer. Toll. Okay, dann lasse ich mal krabbeln. Ich lasse mal krabbeln. Alles gut. Sag mal, willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Alter. Ey, das ist so eine Kackaufgabe, ne? Das ist so eine Kackaufgabe. Heilige Scheiße. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wieso kam der jetzt sofort, ey? Das war das zu schlimm. Hab ich den zu lang krabbeln lassen? Bis wo krabbeln die denn normalerweise? So, der ist schon mal weg da. Alter. Alter, shit, 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 shit. Guck, jetzt kommen beide. Zack, das war gut. Aber wie lang dauert das denn, man? Das dauert viel zu lange. Okay, gut. Komm schon, Pfannkuchen. Du könnt's packen. Da kommt wieder einer. Oh shit, das ist wieder zu krass. Mann, das gibt's nicht, ey. Das kann nicht sein. Das ist so krass, ne? Ja, wenigstens sind wir mal hier. Toll. Endlich mal, ey. Hui. Jetzt mal ein bisschen entspannen hier. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist... Boah. Dieses Scheißspiel. So, wie hab ich das vorhin gemacht? Okay. Schieß ich halt mit Muffins rum. So. Jawoll. Hä? Ne, ich will in die Richtung. Das ist doch viel entspannter. Also ganz ehrlich, warum können wir nicht einfach so ein Level machen? Das ist doch viel schöner. Okay. Oh, nein. Nein, nein. Ich will nicht unterfallen. Oh Gott. Ja, natürlich wäre das zu einfach. Aber ich will das nicht mehr. Das ist viel zu anstrengend. Das geht nicht. Guckt euch das mal an. Wir sollen das schaffen. Das ist doch einfach nur Abfuck noch. Das ist doch... Das ist doch nicht mal mehr lustig. Ja, ist es auch nicht. Gute drei Minuten. Drei Minuten? Pass auf. Bei dem Minispiel darfst du keine Zeit, wenn du alles richtig machst, bekommst du die geheimen Nacht freigeschaltet. Ja. Alter, das ist so heftig, ne? Ohne Scheiß. Ey, das ist echt richtig krass. Also ganz... Das ist echt schwer. Soll ich mal im Uhrzeigersinn arbeiten, sagt er? Der piept schon rot. Der piept schon rot. Ja, alles klar. So, ihr geht beide schon mal nach Hause. Die hab ich ja schon beide. Ey, das ist so heftig. Drei Minuten! Als ob... Halbster. Vielen Dank. Ah, da kommt er wieder. Ich weiß halt nicht, bis wo die klettern können. Das ist halt das Problem. Okay, da kommt grad nix. Ey, das geht viel zu schnell. Das ist, ey, das ist zu krass. Du kannst gar nicht alle in einem Auge behalten. Das geht gar nicht. Ey, das geht echt nicht. Hälfte bis drei Viertel beim Aufladen reich, wenn du im Uhrzeigersinn arbeitest. Okay. Ja, ich glaub, ganz Aufladen dauert auch zu lang. Das dauert echt zu lang. Ja, ich weiß, dass du jetzt aufmachst und dann kommen jetzt Fadenkuchengesichter und dann ist alles vorbei. Ja. Ich mach einfach die ganze Zeit weiter. Zack, zack. So. So Okay. Komm schon, bitte. Komm schon, bitte. Ich will nicht. Das ist zu schnell. Das geht nicht. Keine Chance. Der kommt jetzt wieder. Pass auf. Ja. Das ist zu heftig. Das ist einfach zu heftig. Alter. Wie bitte? Wie? Wie zum Geier. Das kann nicht passieren. Wenn das... Ja, ich halte gedrückt. Genau. Dadurch, dass man halt schütteln muss, ist das halt immer so krass. Ich glaube, ich schüttel noch einfach zu früh, ey. Kann das eigentlich... Ich kann nur voll drehen immer. Nur bis oben. Das ist ein bisschen. Ich habe das nicht. Das ist etwas. Ich habe das nicht. Das ist ein bisschen. Das ist so. Die krabbeln echt weit nach oben, deswegen kann man da eigentlich noch genug drehen. Komm schon, komm schon, Mann. Ah, da war ich zu spät, Mann, da war ich zu spät, da war ich zu spät, ah, fuck, fuck, also man kann die echt mega lang kriechen lassen. Oh, Mann, das gibt's nicht. Oh, bitte, ey, okay, wir müssen, ich darf nicht zu lange drehen, aber ich darf auch nicht, natürlich, zu zweit runterschütteln, ja. Oben links an. Also ich kann die dadurch, dass die halt relativ sehr weit nach oben kriechen, kann ich halt länger drehen, das ist natürlich besser. Aber ich muss halt wirklich gucken, dass ich beide runterschüttel immer. Okay, da kommt auch einer. Okay, zack. Was geht da jetzt noch, das ist ja alles easy, wenn das so bleiben würde, dann wäre das kein Problem, aber nee, du musst ja immer in Marathon-Modus raushauen, ne. Da musst du ja fünf Puppen auf einmal und schneller drehen und was weiß ich nicht alles, ne. Alter, ey. So, da kommt wieder der nächste Kamerad. Da kommt auch wieder der nächste. Dem müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Dann schütteln wir jetzt. Jawohl. Müssen wir jetzt wieder hier hochdrehen. Zack, 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 zack. So, da ist kein Problem. Jetzt machen wir hier wieder hoch. Jetzt kommt da schon wieder der nächste. Da kommt aber noch keiner. Jetzt kommt er da. Okay, da schütteln wir jetzt. Zack, da müssen wir jetzt hier hoch machen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm schon. Oh, nee, nee, nee. Da kommt schon der nächste. Das ist zu krass. Wie soll ich das denn machen? Ja, 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 ja. Oh Gott. Ich darf Popcorn essen. Ich darf Popcorn essen. Ich darf... Oh Gott. Clara, das ist nicht mein Baby. Alter. Warte, war das ein Vampire-Joke? Das war so lame, Clara. Alter. Heilige Scheiße. Boah. Oh Gott, da können wir erst... Boah, ja, nice. Geil. Nice, ey. Oh Gott. Ich hätte jetzt gedacht, dass jeden Moment... dass hier in einem Moment wieder Eirange hier ins Gesicht gesprungen kommt, ne? Alter. Geil. ... Eirange. Ostsch�� templatisten. Sieh, Lady....